In diesem Film zeigen wir Ihnen, wie Sie ein GDL-Objekt mit bearbeitbaren Attributen erstellen und dann sichern können. Wir haben einen Tisch erstellt, der Tisch hat eine Tischplatte und die Beine sind mit dem Stützenwerkzeug erstellt. Lassen Sie uns diese Elemente im Grundriss auswählen und sie dann als neue Objekte speichern. Aktivieren Sie Ablage, Bibliotheken und Objekte, dann den Befehl Auswahl sichern als und den Befehl Objekt. Geben Sie im Dialogfenster Sichern Objekt für den Namen Individueller Tisch ein. Standardmäßig werden Objekte im Ordner Eingebettete Bibliothek des Projekts gespeichert. Es ist empfehlenswert, einen eigenständigen Ordner für diese gespeicherten Objekte zu erstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Ordner, um den Namen anzugeben und dann klicken Sie auf Erstellen. Schließlich klicken Sie auf Sichern, um das Objekt zu sichern. Das bringt das Dialogfenster Objekt Grundeinstellungen anordnen mit den verfügbaren Parametern des Objekts hoch. Sie können hier die standardmäßigen Materialien, Schraffuren und Stiften des neuen Objekts ändern. Ändern Sie nun den Namen der Attribute. Lassen Sie uns anstatt von Material 1 Tischbein und anstatt Material 2 Tischplatte eintragen. Anstatt Stift 3 tragen Sie Tischplatte Stift ein. Und dann wählen Sie Nummer 94 für den Stifftyp. Für Stift 2 wählen Sie den Stifftyp Nummer 19 und dann klicken Sie auf OK, um das Objekt zu erstellen. Platzieren Sie das erstellte Objekt mit dem Objektwerkzeug in den Grundriss. Beachten Sie, dass der Tisch mit grauer Stiftkontur und ohne Beine platziert ist. Wechseln Sie nun zum 3D-Fenster. Wählen Sie das Objekt aus und öffnen Sie das Dialogfenster Objekteinstellungen. Wechseln Sie zur Registerseite Parameter. Hier können Sie die Tabelle der Attribute finden und sie einfach bearbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017